Ich sage wieder mal Hallo aus dem Maritim. Hallo Christi. Hi. Ich möchte euch gerne einmal unser Zimmer demonstrieren. Seht ihr unser Bad? Wartet, das Licht geht sofort an. Das ist unser Badezimmer. Mit einer Dusche und zur Begrüßung eine Quietscheente. Dann gehen wir weiter. Unser Riesenschrank mit einem Safe. Unser Riesenschlafzimmer. Unser Bett, Couch, zwei Sessel, Lampe, natürlich ein Fernseher. Wir haben alles schon in Anspruch genommen. Und wir haben eine Riesenfensterfront mit Meerblick. Den werde ich euch aber am nächsten Tag zeigen, da es jetzt zu spät ist. Und ihr seht, wovon wir uns ernähren. Pringles, Chips, Mandelhörnchen, Pommes, Bären, Salzstangen. Das ist unser Essen. Unser Trinken besteht nur hauptsächlich aus Eistee. Und bei mir ist das sehr schön, gesund, wasserwollweg. Ja, Christian, und jetzt sag mal, was machen wir gleich? Also eigentlich wollte ich gerade hier so ein Ding abnehmen von den Dingern, weil das ist sehr locker am Arm. Aber irgendwie haut das nicht ganz hin. Und was wir gleich machen, wir gehen jetzt zu unserer Begrüßung und dann geht das Essen. Richtig, deswegen sagen wir jetzt ein Tschüss. Ciao.